Musik Noch keinen Plan hat Anfang November gibt es was richtig interessantes, nämlich die Fight Night von Kalle Schwänzen. Also Kalles Fight Night, 4. November in Hamburg. Ich werde auch mit dabei sein, bin mal gespannt was Kalle Schwänzen da auf die Beine stellt. Es soll interessant werden und alles das was Kalle so verspricht hält er ja normalerweise auf. Von daher darf man sehr gespannt sein. Also ich freue mich drauf. Musik 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 Musik